Sonntag, der 1. August 2021. Ich bin jetzt gerade von mir daheim losgefahren bei Achern und ja, ich denke mal, ihr seht das selber. Es sind richtig dunkle schwarze Wolken zum sehen am Himmel. Es donnert auch schon immer wieder im Hintergrund. Also ich bin jetzt gerade echt am überlegen, was ich jetzt mache. Weil das sieht nicht so toll aus. Ja, ich wurde ja aufgefordert von der Ella und dem Kevin vom Kanal Darksider on Tour. Ja, was es da bei der Challenge genau geht, das sage ich dann, wenn es soweit ist. Aber ich habe das jetzt schon dreimal versucht zu machen. Weil das ist auch schon eine ganze Weile her, wo ich da nominiert wurde. Und das erste Mal, wo ich das machen wollte, da war ich eigentlich soweit, habe alles soweit vorbereitet, wollte gerade anfangen. Dann hat ein Kunde angerufen. Ja, dann habe ich wieder alles zusammengepackt und musste los. Das zweite Mal war ich irgendwo Richtung Oste unterwegs und wollte es dann machen, wenn ich da beim Kunde bin, weil ich da dann übernachten musste. Und hätte es dann abends gemacht, Zeit hätte ich gehabt. Dann war aber auf der Autobahn ein Stau und ich bin da zwei, zweieinhalb Stunden später angekommen. Und dann war es schon total dunkel und dann, ja, ich habe dann auch keine Lust gehabt nach dem ganzen Zeugs dort zu suchen. Ich war dann auch müde und habe es dann auch verschoben. Und so schiebe ich schon die ganze Zeit. Ja, und jetzt wollte ich es heute machen. Ja, Prognose für heute, vom Wetter her, war auch nicht so hervorragend. Es hat Kaisers, es soll regnen. Und wenn man jetzt guckt, auf der Seite hier ist eigentlich vom Wetter her, ja, relativ gut, würde ich sagen. Ist zwar auch bewölkt, aber nicht so schlimm wie dahinten. Also da war es ein Rabenschwarz. Aber Ella und Kevin, mal abwarten, vielleicht wird es da doch noch was. Also momentan bin ich noch am Radeln, es könnte noch klappen. Ja, da ist halt schon wieder, wenn man hier guckt, alles schwarz. Naja, lassen wir uns überraschen. Also, Ella und Kevin, jetzt fängt es an zu regnen. Ich habe jetzt umgedreht und ich fahre jetzt wieder zurück. Ich bin quasi, ja, so zwei, drei Kilometer von mir daheim weg. Oh, jetzt geht es los. Und ich werde es noch eine andere Mal nachholen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja, jetzt soll ich einen Unterschlupf geschwinde haben, dass ich mein Equipment wasserdicht machen kann. Nicht, dass mir da jetzt das Mikro kaputt geht. Ah, mischt echt. Da hinten ist eine Bank, da fahre ich geschwind hin. Und dann packe ich das Zeug ein. Hallo Ella und Kevin. Ja, ich denke, das macht heute keinen Sinn mehr. Wenn ich jetzt wüsste, dass das gleich wieder aufhört, dann würde ich sagen, okay, ich warte mal ab. Aber, ja, das weiß man halt nie so genau. Aber ihr seht, ich gebe mir Mühe, ich versuche es immer wieder. Aber da ist irgendwie der Wurm drin. Naja, jetzt stehe ich da unter dem Baum, jetzt warte ich da eh mal kurz, ob es jetzt richtig schüttet noch. Oder ob es sich vielleicht ein bisschen beruhigt. Ich bin es nicht so Bond, aber doch bin ich mir sicher. Musik I guess I'm easily hurt Maybe we're only human And if it's not easy Don't give up on me Could you risk your world in my hands I, and I'd do it again Be patient cause I'll make mistakes Think kindly of me every day Summer or winter Or caught in between them For worse or for better Or whatever reason Love unwavering Fiercely or gently The tears or through laughter Before me are after Maybe 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020